hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge potion permit wo wir beim letzten mal die frostblüten zum blühen gebracht haben um den boden darunter wieder fruchtbar gemacht haben heute warten wir freiner der uns dabei helfen soll die verschmutzung es dürfte hier dann der nördliche iceberg sein zu entfernen hallo reiner hallo ich habe den schlüssel für das schrankchen fertig stehen wir müssen erst ins polizeirevier an den schrank kommen also an den inhalt des schrankes mach es vorsichtig auf damit du das schlossen nicht beschädigt ich pass schon auf wir sehen uns alles klärchen dann gehen wir aber erst mal nach dem patienten kugel zuerst muss ich und immer kraulen für einen guten start in dem tag so und wir schauen nach dem patienten schwester so senior ich habe ein seltsames gefühl richter oberarm und rechter fuß was hast du getan steif steifigkeit steifigkeit tatsächlich ein wort ich dachte immer es heißt steifheit ist das steif und hat blasen kein ding ich besorge dir was du brauchst vielleicht gehen wir erst zu osman aber wir gucken erst nach den sachen fürs zu sehen ja mit osman rennt hier nicht davon wenn dann ist ein polizeirevier wir haben dich wir haben doch jetzt auch so eine recht und der linke ecke ok mutter blume genau ich habe ich gesucht könnten wir so ein tätersteil nach oben gebrauchen mir dann ein tätersteil nach oben also die samen von diesen feuerspeiern möchten wir nur noch ein dreier das sind die teufelszungen ok sind alles tut dann die mit mir jetzt nicht in so einer übermäßigen fülle haben aber wo wir zumindest wissen wo wir sie herbekommen wenn wir sie brauchen dann knallen hilfe dann bin ich immer gespannt während hat sind wir auch ein dreier dann haben wir den einer hier können natürlich auch noch einen einer benutzen so ein brosse ding und dann hoffentlich einen der nach unten rechts geht ja ich habe die nuss gesehen haben wir denn noch was anderes was man unten rechts kann legen kann ja den schleim ok das sind eher zutaten von dem wir mehr haben wofür brauchen wir brauchen mehr zumindest konnten wir der schwester zum jetzt schon mal helfen genau wir haben 47 ich glaube das polizeirevier macht um 8 uhr auf ist also ob noch alles im rahmen die behandlung wurde abgeschlossen und das zur vollsten zufriedenheit das macht mich irgendwie tatsächlich immer so ein bisschen glücklich wenn sie auch immer total zufrieden sind nach der behandlung ich danke unseren göttern dass du dich gut um mich kümmerst es geht mir viel besser vielen dank du lässt dir das auch einiges kosten die heilung das waren jetzt 585 gold für eine behandlung das ist ordentlich hallo osmann zu dir wollte ich erstmal reden genau dann wird schon stumpf hier habe ich den schrank schlüssel das endlich den schlüssel dann gehen wir direkt zum polizeirevier dann bin ich mal gespannt was da drin ist bitteschön das sind die dokumente zu dem unfall auf dem schimmernden eisberg die mein vater verwahrt hat die serie an hast du einen hinweis darauf gefunden was zu tun ist sieht nicht so gut aus nein das sind nicht die aufzeichnungen meines vaters sie gehörten dem zur zeit des unfalls verantwortlichen alchemie genie mein vater war während der ereignisse auf die sich diese dokumente beziehen im dienst er war der mit dem sich das alchemie genie so gut verstanden hat er war ein fleißiger mann ein engagierter polizist aber dieser unfall mit den chemikalien war eine katastrophe er rettete so viele überlebende wie er nur konnte aber seinen besten freund hat er nicht rechtzeitig gefunden louis so hieß sein freund er war das leiden der alchemie genie aus der hauptstadt und war zur feldforschung in mondburg er hat den ereignissen damals betrachteten viele meinen vater als helden und er hat sich nur selbst vorwürfe gemacht weil er seinen freund nicht retten konnte er war von schuldgefühlen geplagt er konnte es nicht verzeihen dass er seinen freund nicht hat er retten können und dann verschlimmerte sich die situation noch das den man hier auf den alchemistenrat beempfand wurde stärker alle gaben louis die schuld an dem fehlgeschlagenen experiment und so hat mein vater jedes dokument aufbewahrt und jede information über den unfall festgehalten und weil die beweisen dass sein bester freund keine schuld an dem unfall trug doch er verstarb ihm das gelangen wir werden das tun jetzt kennst du die geschichte und ich hoffe dass du etwas aus diesem wissen machst wir werden den ruf des freundes wiederherstellen so sieht es nämlich aus experiment am schimmernden eisberg tag 61 wir haben eine möglichkeit gefunden die seltsame substanz aus dem boden zu entfernen das wetter war in den letzten tagen extrem wir haben den befehl zum aufbruch der abbruch der expedition erhalten und sollen in die hauptstadt zurückkehren jeder weitere aufenthalt ist gefährlich wir können hier aber nicht aufgeben wir brauchen einfach mehr zeit alle mitglieder der expedition denken wie ich wir werden daher bleiben bis wir diese seltsame substanz aus dem boden entfernt haben und wir werden die konsequenzen tragen ich erinnere mich daran dass auswald und sofort der gefahr warnte er wirkte nervös aber wir haben ihm versprochen dass wir sofort aufbrechen wenn meine lawine wenn eine lawine abgeht außerdem hat er eine freudige nachricht er erwartet bald einen kleinen jungen wir freuen uns sehr für ihn nach dieser expedition besuchen wir seine familie die uhr tickt wenn er drohende wenn der drohende gefahr sind wegen tschuldigung wegen der drohenden gefahr sind wir unruhig aber wir freuen uns auf die ergebnisse dieser expedition diese blumen werden die welt zu am besten ort machen es ich habe meine im zelt blablabla das kann man nicht lesen schade okay ich bin das ostenmanns vater einfach oswald heißt aber das heißt ja sie haben sogar ihr leben riskiert um den leuten in der stadt zu helfen und die leute sind dann einfach hergegangen haben ihnen die schuld gegeben nun ist das nicht irgendwie herz aller liebst kalt der rückstand erforsche einen drang nach dem rezept ach da war ja auch ein rezept dabei okay schauen wir mal was wir herausfinden können ich weiß nicht ich finde es jetzt wichtig dass wir den ruf von louis wieder herstellen so geschafft auch wenn dieses minigame für mich immer noch irgendwie ein reppel ist weil ich noch nicht so richtig verstanden habe wie es funktioniert ich bekomme es trotzdem hin weise brise erstellen ein drang der jeden festen eiskistall schmelzen kann und nach dr louis rezept hergestellt wurde auch du meine güte ja und ich darf nur blau und braun benutzen und das denn okay ist denn ein blauer so ein set habe ich leider nicht aber jetzt brauche ich trotzdem drei einzelne das ist natürlich ein bisschen dumm könnte den einen durch lavendel ersetzen dann setze ich hier planen dann das braune fälle den einzelnen es fehlt noch ein zweier den haben wir auch jetzt geschafft schön gut dass wir den topf den fessel erweitert haben und dann hätten wir das jetzt erstmal machen müssen bevor wir hätten weiterspielen können so osman ich glaube ich hab da was gutes für dich du bist nicht hier schade aber dien ist hier reden wir mal es ist ein perfekter tag um gut essen zu gehen stimmt's wo ich meine um einen spaziergang und ein paar übungen zu machen ich kenne dein struggle aber ich fühle ihn so sehr dienen so hundi zeig mir mal wie ich zu osman komme osman 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 geh voraus alter freund ich eile hoch am bauernhof interessant ich will gar nicht wissen was ihr beiden da macht hier weiße brise du hast einen trank gebraucht der die rückstände beseitigen kann dann gehen wir gleich zusammen hin ich bin sehr gespannt und schwupp wieder immer diese hiesigen erdlöcher zurückbleiben oh wow du hast das gesamte gebiet von den ablagerungen befreit beeindruckende arbeit melika diese pflanze habe ich noch nie gesehen das sind also die pflanzen die mein vater und sein freund retten wollten ich hatte angenommen es ginge ihnen nur um ihren eigenen ihr eigenes wohl wie immer oder habe ich mich wohl geirrt ich glaube ich möchte eine dieser blumen mit nach hause nehmen so werde ich immer daran erinnert für was mein vater und sein freund gekämpft haben danke durch deine bemühungen hast du mein vater und sein freund gewürdigt das tue ich auch ich bin so happy dass ich da helfen konnte und jetzt werde dir erstmal abgeerntet wie nichts zuvor abgeendet wurde jemals wie heißt du seltesche da bin ich immer gespannt was so besonders an hier ist hier wir brauchen goldnuggets silbernuggets außerdem süß schmeckenden saft dann sind wir hier sowieso schon mal wichtig dann können wir hier auch direkt mal nach utensilien für die nächsten quests suchen experiment am schimmernden eisberg tag 11 niemals hätten wir gedacht dass wir so rasch etwas wertvolles finden würden wir haben herausgefunden dass die von uns untersuchte leuchtende pflanze nur eine zu einer familie von heilpflanzen gehört in der hauptstadt ausgestorben ist im schnee dieser region sind viele nährstoffe enthalten daher gehen wir davon aus dass er seine dass er eine gute grundlage für die vegetation bildet das einzige problem sind diese eisspitzen wie sind sie entstanden das ist ein großes geheimnis dass wir aber mehr gründen müssen diese pflanzen brauchen eine günstige umgebung damit sie überleben können wir werden den schnee dieser region genauer untersuchen um diese pflanze zu schützen ja dann haben wir alles aus dem abschnitt offenbar auch gefunden wollten im panzer nehme ich mir direkt mal mit so wie alles andere das wir hier noch finden na und tun die köpfe und wieder pilze aus schrumpen nicht schrumpen jungs trüffel so ein süßer hund so ein guter hund kartoffeln holz und stein können wir immer gebrauchen also dem gibt es da die silbernuggets hundi hat hunger du kriegst heute wieder mais denn wir haben aktuell keine pilze bei uns also hast du jetzt seine maisphase zwei wölfe auf einmal ist jetzt nicht so toll tatsächlich vielleicht wäre es auch mal angebracht meine lebensleistung ein bisschen zu verbessern weil ich eigentlich lieber meine ausdauerleistung verbessern würde das holzobst ist wirklich nützlich zum braunen von tränken haben wir gerade in dem in der medizin gesehen die form ist tatsächlich sehr selten hey so nicht explodieren die unheilvolle zunge ist wieder am werk golden nugget na komm wir um 14.30 ich gehe zum badehaus damit ich gleich noch ein bisschen weiter farmen kann wenn wir zu spät zum badehaus gehen hat es halt schon geschlossen die öffnungszeiten sind bis 18 uhr ok gut zu wissen hallo kassandra hallo oliv ich möchte nicht für immer auf dieser insel eingesperrt bleiben leider muss ich bezweifeln dass ich meine verantwortung jemals los werde schade dass sie hier so unglücklich zu sein scheint na ich wollte zum shop hallo leute so ein schönes bad wäre auch mal wieder recht angenehm ich hoffe wenn da wahrscheinlich dann nur ich in dieser badewanne liegen und nicht auch noch fünf andere leute ich glaube das wäre mir eher unangenehm so dann teleportieren wir uns nochmal rüber ich kaufe jetzt mal kein essen extra dafür weil wir waren halt gerade baden so die nuss nehme ich mit denn auch das ist eine relativ seltene krankzutat so rum bitte findet die worte hopf und bringen sie in eine vernünftige reihenfolge das wäre äußerst liebensgewürzig das war viel stein ich will eigentlich nur hier abbauen hier verlass mich doch in ruhe ok nehmen wir das holzobst auch noch mit von dem käfer wollte ich halt nichts der hat uns jetzt aber ständig zurückgeworfen als wir ihn getroffen haben so ein bisschen ungünstig war genau ihr seid auch recht selten und sehr nützlich also her damit wo ist ringelblumen ich dachte gerade an pusteblumen irgendwie aber meinetwegen sind es ringelblumen ich darf die uhr jetzt nicht aus den augen verlieren ich will mich nicht verschlafen also müssen wir vor zwei wieder zurück sein du was willst du von mir du hast mir gegner besiegt und gleichzeitig den holz gefällt hm auch gut jay noch mehr trüffel du bist so ein lieber hund die zeit vergeht halt so unfassbar schnell in diesem spiel man fängt gerade an zu ernten und darf schon wieder gehen hm hm es war wieder kein süß schmeckender saft glaube ich gold schade dass die gegner sich nicht gegenseitig schadern machen Das wäre doch irgendwie cool gewesen. Ähm, praktisch diese Kugeln auf Wölfe zum Beispiel lenken könnte oder eben auch zu den Käfern hin. Oh ne, meine Ausdauer. No! Ja, und ich habe nichts dabei, was uns Ausdauer gibt. Das war es dann schon wieder für heute. Uns fehlen noch immer Golden Nuggets und süßer Saft. Jeweils zwei. Ah, hoffen wir mal, dass wir das morgen hinbekommen. Genau, ich überlege gerade, für wen wir diese Aufgaben eigentlich machen. Den Zeichentisch machen wir hier für Rainer. Das Härtebad für Hohenherz und Opalherz, wobei ich gerade nicht mehr weiß, was genau die damit machen wollen. Ähm, hallo, Besuch? Äh, hallo, ciao. Und auch Moira. Genau, Moira war die Dame, die so etwas sehr zickig war vom Alchemistenrat. Melika, wie geht es dir? Hier ist Besuch für dich. Ich bin es. Du hast dich gut gemacht, seit der letzten Prüfung. Überraschend gut, muss ich sagen. Dr. Nestor und Colin sprechen ständig von dir. Ähm, danke? Wir haben deine Fortschritte genau beobachtet. Du Burm. Und wir sind uns einig, dass es Zeit ist, deine Lizenz aufzuwerten. Wir erteilen dir die Erlaubnis, an der nächsten Alchemikusprüfung teilzunehmen. Genau genommen haben wir dich schon dafür angemeldet. Die Prüfung beginnt in Kürze. Ohne dich zu fragen. Du hast kein Mitspracherecht. Prübel. Hier ist sie. Ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber es ist eine tolle Chance für dich. Also mecker nicht. Mit der nächsten Lizenz kannst du Patienten mit schwerwiegenden Krankheiten behandeln. Wir sind uns sicher, dass das wichtig sein wird, um den Leuten im Mundburg zu helfen. Mal zu streng dich an, du Pübel. Nur zu deiner Information. Ich selber habe die Prüfung beim ersten Versuch mit besten Unbestanden. Okay, warum sollte mich das interessieren? Du interessierst mich nicht. Nun, ich denke, das wäre dann alles. Ausgezeichnet. Dann darf ich dich zum Bahnhof zurück begleiten. Gib dein bestes, Melika. Auch wenn du nie so gut sein wirst wie ich. Pübel. Ach, mein Mann. Okay, ich soll erst mal forschen. Geht weiter, Alchemikus-Prüfung. Also, mein Trick in Anführungszeichen. Es ist kein Trick. Ich gehe halt immer erst die Sachen durch. Und gucke, ob irgendwas aufblinkt. Wenn nichts davon aufblinkt, vermute ich halt einfach, dass... Es muss halt ein paar ergeben. Die, die aufblinken, müssen jeweils einen Partner haben, der nicht blinkt. Also suche ich immer erst mal die, die aufblinken. Aber so seltsam, dass wir jetzt das Letzte gar nicht aufdecken mussten. Ein Rezept wurde freigescholtert. Drakonisches Temperament. Ein Trank speziell für einen schweren Test. Man kann ihn nur mit bestimmten Methoden brauchen. Sieht aus wie ein Helm. Ich wüsste nur nicht, warum das drakonisch heißen soll. Hm. Oh Gott. Ja. Ich sehe Dinge. Ich kann nur Feuer und Erde benutzen. Ich versuche es mal mit den Sachen, die wir haben, die möglichst viel abdecken erst mal. Die Form haben wir leider nicht, ne? Ja, nun. Ja, ne. Da fehlt genau eine Lücke dazwischen. Schade. Ähm. Haben wir denn was, dass es in der Länge vier gibt? Nee. Aber drei. Dann haben wir den. Und die hier. Yes, wir haben's. Nice. Ich liebe diese kleinen Hälfte natürlich. Das ist mal was anderes. Ich spreche mit Ciao, denn wir haben's gerockt mal wieder. So, kleiner süßer Hund. Jui. Wir haben keinen Patienten. Also können wir auch direkt zum Bürgermeisterhaus gehen. Unterwegs gehen, grüßen, denen wir begegnen. Freundschaften müssen hier gepflegt werden. Nein. Wieso bist du zu? Warum? Mach's erst um acht auf. Hm. Wir könnten noch mal kurz angeln. Wenn wir hier grad schon sind. Wir angeln eh so selten. Ja, die Blumen sind wunderschön. Ah, wir haben möglicherweise eine neue Freundesquest. Dann geh ich doch erst mal ans schwarze Brett, bevor wir hier angeln. Bluchsgeschichte. Ich suche jemanden, der Interesse hat, über Bücher zu reden. Genau. Bluchs zwischen Montag bis Samstag zwischen 16 und 22 Uhr. Und Marta. Liebes Alchemie-Schnie. Ich glaube, mit Marta stimmt in letzter Zeit das nicht. Komm einfach ins Gasthaus zum Tränken. Oh, Gion. 16 bis 22 Uhr. 16 bis 24 Uhr. Welchen Tag haben wir? Samstag. Also beides dürfte heute machbar sein. Wir gehen zuerst auf den Berg. Ab 16 Uhr und dann in die Gaststätte. Ja gut, jetzt ist es halt schon fast 8 Uhr. Mir lohnt sich, angeln auch nicht mehr, leider. Mach auf, mach auf, mach auf. Danke. Hallo, ciao. Also, ist das der Trank, um den es euch kürzlich ging? Ja, das ist der Testtrank. Großartig. Ich lasse Ihnen eine Nachricht zukommen. Na, Colin und Moira sind da. Sieh mal an. Und so sehen wir uns wieder, Sekretär. Ich liebe es, dass er Ihnen nur Sekretär nimmt. Ciao, wie gesagt. Ich habe, wie gesagt, einen Namen. Wir sind hier, um deine Prüfung zu bewerten, Medica. Du wirst sie eh nicht befriedigend abgeschlossen haben. Okay. Also dann, zeig mir mal, was du da Minderwertiges hast. Die Konsistenz und die Farbe sind korrekt. Immerhin. Aber nicht überragend. Und der Geruch? Interessant. Es stinkt. Ich habe es dir doch gesagt, Moira. Unser junges Alchemifini ist was Besonderes. Ein Naturtalent. Das denken wir doch alle. Ich bin beeindruckt. Ein wenig. Du hast also mit der örtlichen Ressourcen gearbeitet. Clever. Aber auch nicht clever genug. Nicht so clever wie ich. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber eins ist sicher. Du hast die Prüfung bestanden. Gerade so. Mein Glückwunsch. Denn damit möchten wir im Namen des Alchemistenrats eine neue Lizenz übergeben. Colin, bitte mach du das. Ich will nichts mit dieser Person zu tun haben. Jemalas gern dir die Ehre, Moira. Ich halte doch schon den Trank. Sei doch nicht so ein Mauerblümchen. Du wirst doch auch von Melika begeistert, nicht? Übernimmst du das? Also bitte? Ah, schön. Ich liebe die Charaktere in dem Spiel. Ja, bitte schön, junges Alchemifini. Nun, wir müssen wieder los. Gute Reise. Ich habe die zweite Prüfung bestanden. Und habe neue Trankrezepte. Mit denen ich mir Geld scheffeln kann. Und natürlich Menschen heilen. Aber ich habe natürlich auch noch Quests zu erledigen. Und ich brauche das zweite Abzeichen eigentlich. Aber das muss ich erst freisch halten. Genau. Dazu müsste ich mal in den Süden laufen. Glaube ich. Es war doch so, dass erst wenn ich an die Orte komme, dann der Bürgermeister zu mir kommt und sagt, hier, dafür brauchst du ein neues Abzeichen. Also. Ich hole Pilze und gehe dann in den Süden. In den Süden. Ja, aber ich kann auch schnell noch die anderen Sachen mitholen. Wir brauchen ja immer Zutaten. Und wir sind so selten in den alten Gebieten, dass die Zutaten langsam leer gehen. Und mit den aufgewerteten Materialien bzw. Werkzeugen funktioniert das alles auch viel leichter. Ja, ich kümmer mich gleich um dich, Hundi. Jamesy kriegt erstmal einen Pilz mal wieder. So ein bisschen ausgewogen. Hin und her pendeln zwischen Mais und Pilzen. Das ist, glaube ich, gesünder, als wenn ich dir immer nur Mais oder immer nur Pilze gebe. Ich meine, auch nur minimal ausgewogen. Noch Bärchen. Wirklich? Ich liebe es, wenn ich irgendwie aus Versehen Bäume und Gegner gleichzeitig töte. Also, dann haben wir hier Zutaten. Dann gehen wir jetzt in den Süden. Wobei, dann können wir uns eigentlich teleportieren. Dann ist ja schon ein ganzes Stückchen zu laufen. Genau, hier gibt es ja auch Silbernuggets. Aber ich habe eigentlich schon Silbernuggets. So, dann dürfte das hier ja die letzte Gegend sein. Das ist sehr karge Ödland. Alchemie, warte mal. Da kannst du noch nicht hingehen. Aber warum? Mal abgesehen von der riesigen, verflucht heißen Fontäne. Du hast im Moment keinen Zugang zu diesem Gebiet. Der Kaisier dort muss erst in Ordnung gebracht werden. Wenn uns das gelungen ist, kommst du auch ins karge Ödland. Wir würden dir ja gerne dabei helfen, aber... Du brauchst erst eine Genehmigung von Maya. Wie es aussieht, hast du die nötige Genehmigung noch nicht. Dann schlage ich vor, dass du erst mal mit Maya sprichst. Wie immer. Genau, und jetzt ist die Quest auch freigeschaltet. Dann können wir uns aber zunächst mal noch um die beiden anderen Quests kümmern. Auch wenn ich natürlich so schnell wie möglich nicht in die neuen Gegend möchte, möchte ich trotzdem nicht die alten Quests vernachlässigen. Die uns ja auch dabei helfen, genau unsere Werkzeuge zu verbessern noch. Darum ging es doch beim hattesten Härtebad. Dass die beiden Hohenherz und Opalherz einen neuen Kessel wollen. Oder einen neuen Herd. Wir schmieden irgendwas in der Richtung, um noch bessere Verbesserung vornehmen zu können. Und das kommt uns ja definitiv auch zugute. So, wir brauchen eigentlich nur noch Golden Nuggets und den Kram von den Bäumen. Den süßen Saft. Das ist der saure Saft. Hm. Der süße Saft kommt also von den grünen Bäumen hier oben. Wenn ich das jetzt richtig identifiziert habe. Und die braun geben den sauren Saft. Ich will mir mal kurz ein paar Rosen mitnehmen. Wenn ich hier schon bin, warum nicht? Und hier ist genug Gold. Noch ein einziges Golden Nugget fehlt uns. Ja, ich weiß, ihr seid gerade alle auf Krawall gebürstet. Ich will eigentlich nur dieses Golden Nugget. Ach, nee. Jetzt habe ich gerade keine Ausdauer mehr. Mitten im Kampf? Seid ihr denn bekloppt? Hundiko mit. Ich brauche doch nur noch einen Saft. Also wir gehen erst mal zu Runenherz und Opalherz, schätze ich. Oder wir gehen erst zu Maya, denn da steht hier direkt, was für ein Zufall. Du möchtest etwas mit mir besprechen? Sehr gern. Unterhalten wir uns doch bei einer Tasse Tee. Du möchtest mich um die Erlaubnis bitten, das Karge über die Land zu erkunden? Nun, dann solltest du folgendes wissen. Die wilden Tiere, die dort leben, sind möglicherweise sehr angriffslustig. Ich empfehle dir daher, dir zunächst in der Herzglutschmiede die besten Bergzeuge zu besorgen. Okay, die besten Bergzeuge. Du verstehst sicher, dass ich nicht möchte, dass ein Mitglied unserer Gemeinde in Schwierigkeiten gerät. Dann wäre das gemacht. Und was ein Abzeichen angeht, da brauche ich ein weiteres Empfehlungsschreiben vom Alchemistenrat. Wenn du es hast, komm doch bei mir vorbei, dann werde ich dein Abzeichen gerne auf. Und lass uns mal wieder zusammen Tee trinken, ja? Sehr gern. Ach, so ein schöner Tee, wäre auch mal wieder toll. Aber es ist so aufwendig, den zu machen. Und dann ist der halt instant auch weg. Und für jede Tasse dieser Aufwand. Bring mich mal trotzdem jetzt zu... Warte. Opalherz. Na. Oh nee. Ich hab grad das Licht angepfiffen, auch schön. Ähm. Opalherz. Ach, ihr seid zu Hause. Nein, ihr seid nicht zu Hause. Ah, okay. Ihr seid in der Schm... Schenke. Aha, die Marta-Quest. Stimmt, die gab es auch noch. Marta, geht es dir gut? Äh, was? Alles in Ordnung? Du siehst überhaupt nicht gut aus. Du schobst den Boden jetzt schon zum zweiten Mal. Ähm. Was? Wirklich? Ich finde, du solltest nach hinten gehen und dich ein paar Minuten ausruhen, okay? Aber... Ein paar Minuten machen doch nichts aus. Außerdem möchte ich, dass du bei der Arbeit in Bestform bist. Jetzt geh und hol dich ein paar Minuten aus. Ich frag mich auch, was mit ihr los ist. Dank wirkte sie doch eigentlich nicht. Okay, es geht dir tatsächlich nicht gut. Mein Kopf. Oh, Medica. Wie kann ich dir helfen? Ich... Mir ist nur etwas schwindelig. Warte, ich hol dir etwas zu trinken. Nein, nein, wenn, dann hol ich dir was zu trinken, Mädel. Du, dir geht's nicht gut. Ja, ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Aber das ist schon in Ordnung. Wenn ich mich eine Weile ausgeholt habe, wird es mir wieder besser gehen. Komm, untersuchen wir sie doch einfach mal. Du möchtest ein Präparat für mich herstellen? Also, wenn es meiner Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit gut tut, wäre das toll. Danke, dass du so fürsorglich bist. Ein neues Rezept wurde freigeschaltet und wir werden Martha natürlich helfen. Ihr Liebe. War halt auch einfach die erste, die nicht gemeint so und zwar. Disziplin hilft dir am meisten. Ja, ja, ja. Du foult hier. Ja, ich habe alles, was du brauchst. Hast du alles, was wir brauchen? Ja, habe ich gerade gesagt. Super, dann fangen wir doch gleich an. Bist du soweit? Ja, es kann losgehen. Gute Arbeit, Huhnenherz. Damit können wir noch viel bessere Dinge herstellen, wie ich versprochen hatte. Komm einfach vorbei, wenn du etwas verbessert haben möchtest. Ich werde bald wieder da sein. Schmiedverbesserung 1. Es gibt mehrere. Okay. Braucht die härtesten Waffen. Axt kostet... Ah, da fehlt tatsächlich nur Geld für die Axt. Ich glaube, ich könnte mir halt auch das Lebensboost holen, hole ich mir wann anders. Aber habe ich nicht eine Empfehlungsschreiben? Hä? Ich habe doch eben eins bekommen. Hätte ich halt gedacht. Okay, offenbar nicht. Ich habe gerade nicht eine Empfehlungsschreiben bekommen. Alles Dinge und gedöhnt, sie hier waren. Äh, Colin und Mäuva. Kann ja nicht. Dann offenkundig. Sonst halte ich es in meiner Tasche. Okay, Energiespender. Ich bin mir auf jeden Fall. Es gibt mir auf jeden Fall. Und dann habe ich es auch noch besser. Und dann habe ich ihn in meiner Tasche. Ich habe auch noch als Bauer gesagt, ich kann euch hier darüber nachdenken. wenn ich das jetzt nicht in meiner Tasche. Und dann habe ich den Timor. Ich bin, ich bin über die Zeit. Ich bin mir das jetzt einfach Total. Ja, den süßen Saft möchte ich nicht benutzen. Aber so geht's. So, dann komm mal her, Hundi. Bringst du mich bitte zum Marta? Ich gehe zwar davon aus, dass sie in der Schwenke ist, aber ich weiß es ja nicht hundertprozentig. Okay, gut. Hallo, Marta, du solltest dich ausruhen. Oh, ist das das Präparat, von dem du gesprochen hast? Danke, ich trinke es sofort. Ich glaube, ich fühle mich besser. Das freut mich. Kann ich jetzt wieder ganz normal meiner Arbeit nachgehen? Du warst eben sowieso schon arbeiten. Du hast eh nicht auf Jorn und mich gehört. Gibt es noch etwas, das ich tun oder wissen sollte? Viele gesunde Sachen essen. Ist notiert. Mindestens 15 Minuten täglich Sport treiben. Notiert. Nicht zu spät schlafen gehen, das merke ich mir auch. Warum bist du so glücklich? Entschuldige, ich wusste gar nicht, dass du so detaillierte Ratschläge parat hast. Warum denn nicht? Außerdem muss ich nochmal versuchen, Kekse zu backen, weißt du. Bei deiner letzten Kostprobe schmeckten sie furchtbar. Also, würdest du sie vielleicht trotzdem nochmal probieren? Das hatte ich doch schon gesagt, dass ich sie wieder probieren werde. Dann sprichst du mir, dass du sie nochmal probierst. Oh, mein Gott, wie süß. Dieser schüchterne Smiley. Selbst für Sorge halten. Gut. Die Türkingen gerade die ganze Zeit nicht auf, obwohl ich A gedrückt hatte. Und ich dachte schon, oh oh, bin ich jetzt eingesperrt? Genau, ich wollte mir Essen besorgen. Hallo, hallo. Stimmt, deine Kü... Dein Equest ist doch auch gerade. Warte, bis die Nacht hier reinbricht. Dann wirst du sehen, wie lebendig es hier wird. Ich will ein bisschen was zu essen kaufen. Für so morgen. Bier und Steak. Ist eine gute Kombi. Definitiv. Du gehst in die Schenke und sagst dann, ja, ich sollte nach Hause gehen. Wir haben schon gewählt. Diese Stadt ist leider sehr langweilig. Hier ist nichts los. Naja, es ist insofern langweilig, wenn man es sich halt auch nicht interessant gestaltet. Ich habe hier jeden Tag zu tun. So, gehen wir doch mal auf den Berg zu Luke. Dann schauen wir uns doch zum Abschluss an, was er uns zu berichten hat. Boah, du hast mich erschreckt, Melika. Ich hatte dich gar nicht bemerkt. Was hast du da schon wieder in der Hand? Das sieht so seltsam aus. Und wie gefällt dir, Mondburg? Genießt du deinen Aufenthalt hier? Ja, also das ist ganz schön. Ist bestimmt ganz anders als in der Hauptstadt, oder? Ach, das ist ein Seil, was er da hält. Ich wollte schon immer mal die große Bibliothek des Kontinents besuchen. Ein Freund hat mir von einem interessanten Buch erzählt, das er dort gefunden hat. Es liest das Prinzip des Lebens. Hast du schon mal davon gehört? Hm. Er sagte, alle angehenden Gelehrten lesen dieses Buch im ersten Ausbildungsjahr. Es handelt vom empfindlichen Gleichgewicht zwischen Natur und Menschheit. Vielleicht besuche ich ja eines Tages die Hauptstadt und auch die Bibliothek. Ist mal jedenfalls nett, mit dir zu plaudern. Bis dann. Eigentlich wolltest du doch über Bücher reden. Wir haben jetzt mehr über die Stadt und so geredet. Das Prinzip des Lebens erhalten? Was? Wie soll ich das dann machen? Mit Gelehrten sprechen? Alle Gelehrten lesen das. Bin ich dazu irgendwie Näheres? Entschuldigung. Ich muss die Tasten erst suchen. Meine Güte. Hier. In meinem Haus? Ich habe das Buch rein, zufällig in meinem Haus. Okay. Klar liegt das zufällig in meinem Haus herum. Aber ich habe es offenbar nicht gelesen. Sonst hätte ich mich überlegen müssen, ob ich das Buch auch wirklich gelesen habe. Nie bei mich zu Luke. Er wurde erst noch wach. Sehr mitten in der Nacht. Aber er scheint gerade noch in der Dinges zu stecken. In der Kneipe. Ja, ja, ich habe einen furchtbaren Modegeschmack. Luke. Genau, und die Piratin. Mit der hat mir heute auch noch nicht geredet. Wie wäre es mit andrücken? Luke. Moment, ist das? Ist das das Buch, von dem ich dir erzählt habe? Wollen wir nach Hause gehen? Ich behenne darauf, das Buch zu lesen. So schnell werdet ihr von dem Mann nach Hause eingeladen. Mein Freund hat mich gelogen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Er hat es schon durchgelesen. In fünf Minuten. Und ich stand die ganze Zeit daneben. Großartig. Ich wusste es. Oh, tut mir leid. Ich bin nur so aufgeregt. Hast du es gelesen? Mach dir nichts raus, nicht? Jeder liest gern. Ui, ich lese aber gern. Mehr Krimi als so. Naja. Anleitungen. Du musst ja klug sein, wenn du ein Stipendium bekommen hast und zum Alchemie-Genie geworden bist. Darf ich es mir ein paar Tage ausborgen? Ich gebe es dir so schnell wie möglich wieder zurück. Klar, du darfst es behalten. Du willst es mir schenken? Bist du sicher? Na, offenbar lese ich ja ingame nicht viel, also habe ich dafür keine Verwendung. Dafür bin ich dir etwas schuldig. Ich werde jedes Wort daraus auswendig lernen. Okay, was habe ich davon, wenn du das auswendig lernst? Oh, Laura schläft da drüben. Wohl süß. Mein Großvater hat mir beigebracht, wie wichtig lesen ist, um seinen Horizont zu erweitern. Ja, hat er recht. Dankeschön. Und die nächste Freundschaftsstufe erreicht. Das ist doch auch wieder toll. No, ich mag diese Nebenquests sehr. Irgendwie sind die Geschichten so gut erzählt, dass mir jedes Mal so ein bisschen warm ums Herz wird. So, dann haben wir für morgen auch Essen dabei, damit wir vernünftig farmen gehen können. Wir haben eigentlich blaue Jacke. Heute ist der Tag, um auf Schatzsuche zu gehen. Genau, wir haben Essen für morgen und können hoffentlich auch die alte... die Quest der alte Zeichentisch abschließen. Das Empfehlungsschreiben werden wir irgendwie automatisch schon noch bekommen. Obwohl ich dachte, wir hätten es schon bekommen. Egal. So, würde man mal sagen, mit diesem Geräusch, dem Altbekannten, werden wir die Folge für heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe immer noch unfassbar viel Freude an dem Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video dann. Tschüss.